Die Theorie ist mir klar, wie ich mit Menschen rede, aber will ganz viele Menschen auch einfach gar nicht kennenlernen. Und ganz viele andere Menschen möchte ich dafür kennenlernen und tue es nicht, weil mich halt irgendwas stoppt. Ich schütze mich selber vor Nähe und Liebe ganz viel, nicht nur körperlich, sondern emotionale Nähe auch. Nein, es gibt nicht den Moment einer kompletten Zufriedenheit, aber es darf gar nicht komplett sein, und vor allem noch nicht für immer, weil sonst kannst du halt das Positive gar nicht mehr schätzen, wenn es das Negative nicht auch gibt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich mich dann fühle. Zufriedenheit, Zufriedenheit ist schwer, mit einem anderen Wort zu erklären als Zufriedenheit.